Du sagst, du seist böse. Ich würde dir sagen, was wirklich böse wäre, wenn wir uns unterwerfen würden. Unsere Freiheit steht auf dem Spiel. Unsere Würde, wenn wir dir nicht die Stirn bieten. Rath! Ich werde dich und die beiden im Shuttle töten! Auch dann wirst du noch hier sein. An diesem Ort. Für immer allein unsterblich. Achtung, es ist gleich soweit. Das Energiefeld vermindert sich ständig. Es liegt jetzt bei 2,8. Davor hast du Angst. Nie zu sterben. Nie wieder mit denen zusammen zu kommen, die dich hier allein gelassen haben. Das Energiefeld ist auf 2,6 gefallen. Der Computer beginnt mit dem Beam. Ich werde dich nicht mitnehmen. Oh, oh! ARD Text im Auftrag von Funk